Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es tut mir leid, Chef. Diese Männer, die sind wirklich sehr beharrlich. Herr Schuller. Herr Schuller, ich bin Kriminalkommissar Kunst. Ich muss mit Ihnen sprechen. Würden Sie bitte aus der Toilette heraustreten? Herr Schuller, öffnen Sie diese Tür. Sofort, Herr Schuller. Öffnen Sie! Herr Schuller! 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 Untertitelung des ZDF, 2020